Einiges von dem, was ihr denkt, finde ich richtig. Gedanken verändern nichts. Doch, nur langsamer. Als alte Frau mache ich keine Revolution mehr. Nur weil du jetzt jung bist, meinst du, jetzt sei der richtige Zeitpunkt? Ich hätte direkt leuchtet mich heute Vormittag an den Ofen. Du bist wieder in deiner schwarzen Hose in der Schule erschienen. Das sind Black Jeans. Ich werde mich hier damit abfinden, dass man jetzt so gut tut. Ihr seid schon seltsame Frauen. Du willst keine Kinder und Marianne gibt ihr Kind auf um die sogenannte Menschheit. Warum hat sie Bomben geschmissen? Wer sagt das? Alla. Alla. Ich bin nicht schuld, sagt der Kappel. Ich bin nicht schuld, sagt der Offizier. Wer also ist schuld?